digital und nachhaltig wirtschaften designing digital economy im zentrum stehen neue geschäftsmodelle und wertschöpfungsketten digitale produkte und digitale prozesse studierende die etwas ändern wollen etwas bewirken wollen gestalten wollen mitreden und sich aktiv einbringen wollen die das große ganze sehen und lösungsorientiert in teams mitwirken erfolg von können kommt nutzen sie auf der basis solider it und wirtschaftskenntnisse die möglichkeiten die digitale transformation bietet uns ist wichtig dass studierende über den tellerrand hinaus blicken und gesellschafts relevante fragestellungen für nachhaltige lösungen einbeziehen die wahl der spezialisierung im dritten und vierten semester und die wahl des themas der masterarbeit und eigene interessen und fähigkeiten können im rahmen von gecoachten lehrveranstaltungen eingebracht und auch ausgebaut werden für fachhochschulen typisch die betonung der praktischen anwendung des wissens im currikulum das kompetenzspektrum und die partnernetzwerke der fachbereiche it und wirtschaft sind dabei ideal miteinander verbunden die absolventinnen und absolventen in an der schnittstelle zwischen it und management arbeiten werden und das ein extrem breites berufsfeld mit hervorragenden job aussichten ist sie können zum beispiel als innovation manager tätig werden oder im bereich business intelligence arbeiten besucht doch unsere webseite oder kommt persönlich bei uns an der fachhochschule salzburg vorbei